Hallo, hier ist Werner von nfc-techshop.de und mit diesem Video möchte ich euch das Feature Android Beam demonstrieren. NFC-fähige Android-Smartphones können mit Hilfe des NFC-Transmitters Daten austauschen. Das Ganze wird unter dem Namen Android Beam verkauft. Wenn ihr also auf Smartphone 1, das NFC-fähig ist, hier in dem Fall das Nexus S, eine Internetseite zum Beispiel aufhabt und das Ganze dann mit einem anderen NFC-fähigen Smartphone berührt, in dem Fall dem Samsung Galaxy S3, dann erscheint die Aufforderung, ob man den Inhalt tauschen möchte. Man tippt den Inhalt an, der Tausch wurde vollzogen und schon habe ich auf dem zweiten Gerät denselben Inhalt bzw. dieselbe Internetseite. Das Ganze ist im Alltag sehr praktisch, funktioniert aber leider nicht herstellerübergreifend. Hier ein BlackBerry Bolt, ebenfalls NFC-fähig. Hier besteht keine Möglichkeit, die Daten auszutauschen, obwohl der NFC-Transmitter erkannt wird. Es wäre sicherlich wünschenswert, wenn in Zukunft solche Features hersteller- und geräteübergreifend funktionieren würden. Danke und bis zum nächsten Mal.